Mal schauen, ob ich das wieder zurückkehren kann. Mal schauen, ob ich das wieder zurückkehren kann. Vielleicht musst du es komplett abreden. Ist es heller geworden? Was passiert jetzt? Hilfe! Ficken, lass mich noch raus! Komm, komm, komm! Erst erschrecken! Wo ist das? Das ist aber zart. Es steigt, es steigt. Geh raus aus dem Menü, es steigt. Ja, es steigt. Und jetzt muss ich jetzt tauchen. Mal halten, ich rufe nicht. Ach, ey. Setz uns unter Strom. Geht schon. Hallo! In die Richtung! Ja, ich schwimme bis in die Zeit. Ich bin ein sehr kundes Verhältnis. Du willst noch nicht kommen zu werden? Scheiße, hier muss ich springen. Zeig dir doch! Oh, was ist denn? Oh, komm, das muss ein Bildbuster nicht mehr abstellen. Ich hoffe nicht. Wie mit? Wie? Was ist das? Es ist doch nicht die Idee der Ernte gemacht. Komm schon, komm schon. Das kommt sicher nach. Lass mich doch dir drüber! Fingst du bist am Arsch? Bist du der Mann am Arsch? Ich kann ja nicht sagen, ob es sehr am Arsch ist. Komm, hopp, off! FLAG! Jaja, aber hier ist es? Ah! Was ist dieser Wurf? Es ist der Wurf! Was ist das? So einfach geht es! Schau, wie man das löst! Was ist das? Ein Wurf? Was für ein Wurf! Ein Erdruhen, was soll ich hier sein? Das ist ein Einziger... Achso... Well, thanks for the help. I'm having an existential nightmare and you can't even say a word. the batteries are being used in a dramatic sense. How fast would I run? Wow, you look like you've crawled through a sewer to get here. I suppose I'm flattered. Hi, I'm Amabel, I'm Amabel Swanson and I suppose I'll be your guide for the day. Hello, can you hear me? I think the transmission is only one way. Hey, I've got a webcam. Pull a silly face if you can hear me. Oh, very attractive. Okay, we're on. There's some things you need to know. Sure, whatever you say, lady. We released a virus. It wiped us out. Three weeks ago we tried to get out through the mines, but it didn't work the way we planned. I think one of the Inuit workers made it, but others were taken. Some panicked and got lost. Yes, yes, yes! That was very bad, Bernard. I was on my own. Oh, and another symptom is Deja Vu. The only chance we have is a man called Howard. He said he'd found a solution to the virus. His vitals last registered in the library, but only members of the organization have access. I'm still seeing a few life signs in the residential portal. You need to find a survivor and get through into the library. Oh, and look out for our medical guy, Richard Emanis. He was acting strangely when I last saw him. Hmm, what else don't you know? Let's see. Watch out for signs of infection. Present and accounted for. Did, did you say something? Look, the symptoms we know about are paranoia and oral distortion. Oh, and another symptom is Deja Vu. Well, I think that's everything you need to know. I'm sending over some research on the virus and I'll get some doors open for you. Maybe now we can shoot the shot. Hinterfragen nicht die Mache des Spiels. Das ist ein Spiel. Hey, hey. Man sieht sich. Man sieht sich gar nicht. Man sieht sich gar nicht. Ich will nicht sehen. Yes. Ich will ja gar nicht so raus, hab ich gesetzt. Oh yeah. So strange, well, so rare an opportunity to select one's own nomenclature and yet I find myself at a loss. Any ideas, monkey? Wieso ziehst du nicht so hoch aus? Das ist wahrscheinlich hier mit uns. Haben Sie das? Du weißt, Clarence. Das ist kein schlechtes Handeln. Ich bin etwas wie ein Guardian Angel. Ich bin ein paar Leute hier. Ich bin ein paar Leute, die sind nicht so hoch. Töne die Tür sind. Ich bin ein paar Leute, die haben uns zu hören. Ich bin ein paar Leute. Kann ich mich? Ich denke die Transmissions sind einfach nicht dran. Ich bin ein Wettbewerb. Oh, ist das ganz? Das ist ganz einfach. Okay, weißt du. Da sind hier etwas, was du brauchen? Oh, shit. What else do you say for me? Release the virus. It was a start. Three weeks ago, we tried to get out through the wallets. It didn't work for you to land. And everyone, we're perfect, they did. But unprotected, some panic. Hmm. There's just something about a rusty saw that just makes me purr. Had a tetanus jab recently. He tried to use a nice register from the library, but I remember the... ...neganization... ...out of it. What time is he watched by the potential for? You need to find the survivor, I did get into the library. I think it's not a far medical one, it should enter. Number 15, strangely, for my answer, I don't know. Look out, I don't think it's the same. Watch out the signs of the coach. Das war's für heute. das das ist wichtig ich will sicherlich du bist ein Mensch ich suche dir eigentlich meinen Vater Dieser Hau hat die Lösung für den Wirt.